Das ist die letzte Sendung in diesem Jahr. Das Neo Magazin ist am Ende, Mann. Und immer noch neben mir steht Dendemann. Das war ein Jahr, oder? War das nicht ein Jahr? Wir haben uns durch die gesamte 90er Jahre gekappert. Das war das Jahr des Remixes und das rekapituliert jetzt Dendemann und die freie Radikale. Dang it! Mitten im Leben, durch Höhen und Tiefen, haste Töne, die schönen und schiefen, Das Leben ist ein Remix, Tag für Tag. Ja, das Leben ist der Hit, Homie, Schlag auf Schlag, ja. Und ein das Leben ist kein Wunschkonzert. Oh yeah, es ist wohl eher ein Kunsthandwerk. Ein Auftragsjob mit kreativem Freiraum. Jeder hier will sein Traum halt irgendwie mit einbauen. In der Leer genießt den wunderbaren Drang. Es dauert in der Regel nicht mal 100 Jahre lang. Ja, mit 50 bis 150 Schlägen pro Minute läufst du tausend unbekannte Wege ohne Route. Du gehst da als armes, kleines A Cappella rum und wünschst, dass der gottverdammte Tag wär schneller rum. Ja, du hockst die halbe Nacht im Keller und stehst dir für dein Glück den Rücken am platten Keller krumm. Es reicht ein Geräusch, ein winziger Ton. Ja, da sind sie ja schon, all die Inspiration. Und jetzt ist guter Rat gefragt, man nur die Ruhr. Immer sagte Tag für Tag, Spur für Spur. Ja, das Leben ist schön, schön, aber kurz. Aus nem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Das Leben ist ein Remix Tag für Tag. Das Leben ist der Hit Schlag auf Schlag. Ja, das Leben ist schön, schön, aber kurz. Aus nem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Das Leben ist ein Remix Tag für Tag. Das Leben ist der Hit Schlag auf Schlag. Oh nein, das Leben ist kein Ponyhof. Oh yeah, es ist wohl eher, ich komm nicht drauf. Ja, was soll man denn sagen? Auch an den tolleren Tagen sind die Schädel doch in der Regel noch voller Sinnfragen. Und das sich schwer zu machen, ist lächerlich leicht. Das Leben scheut keinen noch so schlechten Vergleich. Trotz alledem wird nicht gern Schwäche gezeigt und sich dick gemacht, als ob die Angriffsfläche nicht reicht. Das kannst du garantieren, das liegt ganz sogar an dir. Mit dem scheiß Zeitgeist muss man sich arrangieren. Manchmal ist die Luft raus, dann geht da nix mehr. Dann muss ein Miggedy-Mörder-Mash-Up-Megamix her. Mit miesen Mitten und satten Subbessen. Fürs nem Riesenschlitten auf der Fahrt zum Club testen. Für Handyboxen, den Bekotz-Nestband für die Charme von morgen und den Stolz von gestern. Das Leben ist schön, schön, aber kurz. Aus nem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Das Leben ist ein Remix Tag für Tag. Das Leben ist der Hit und nicht Schlag auf Schlag. Das Leben ist der Hit und nicht Schlag auf Schlag. Aus nem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Armour. Und Thing – zum Stolz von hoje. Manchmal hat sich die Schlag auf demושven lang. Du da ist der Hit und nicht.